Ein Ford Transit Zustum steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Startstopp-Automatik, Bordcomputer und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 7,0 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Das Schaltgetriebe mit Kitzel. Ja, Sie sehen stacks hier. Rucksgetriebe mit Kitzel. Der Sino ownership war ein Fünftrische-Triebe. In Sicherheit hab.